Ich bin Noemi, ich mache die Lehre beim Bucherer, bin momentan im ersten Lehrjahr, werde jetzt das Zweite wechseln und ich möchte euch heute gerne zeigen, was man als Kauffrau so für Arbeiten macht. Die Lehre als Kauffrau beim Bucherer ist sehr abwechslungsreich und vielseitig. Wir wechseln die verschiedensten Abteilungen und zurzeit bin ich gerade eben die Abteilung Einkaufuhrer. Als Hauptaufgabe mache ich Verkaufsmeldungen, wo man sieht, wie viel verkauft worden ist und anhand von dem dann noch bestellen muss. Mein persönliches Highlight war, dass ich an die Bazzle World konnte mit dem ganzen Einkauf-Auren-Team. Das Ziel davon ist, dass wir Neuheiten anschauen konnten und dann auch schlussendlich einkaufen. Ich habe mich für die Firma Bucherer entschieden, weil es weltweit bekannt ist und weil auch eine sehr gute Arbeitsatmosphäre da ist und schlussendlich auch noch, weil man mit Uhr und Schmuck zusammenarbeiten kann. Danke vielmals fürs Zuhören und wenn ihr Interesse an Bucherer habt und euch die Einblicke gefallen hat, dann bewirbt euch doch gerne bei Bucherer. Bis zum nächsten Mal.